Mitteleuropa liegt im Einflussbereich von tiefem Luftdruck. Besonders auf der Alpen-Südseite kommt es zu weiteren Schneefällen. In der kommenden Nacht liegen die Temperaturen bei 0 bis minus 2 Grad. Dazu ist es vielerorts bedeckt, gebietsweise fällt Schnee, Regen oder etwa Schnee. Ein ähnliches Bild gibt es am Donnerstagvormittag. Bei 2 Grad plus wird es winterlich nasskalt. Am Nachmittag dominieren zahllose Wolken den Himmel. Der Wind weht nur leicht aus westlichen Richtungen. Am Freitag können sich die Höchstwerte bei plus 3 Grad einpendeln. Die Sonne zeigt sich häufiger und wird nur hin und wieder durch Wolken verdeckt. Am Samstag erwartet uns ein Mix aus Schneeflocken und Regentropfen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 2 und 4 Grad. Zahllose Wolken ermöglichen am Sonntag nur selten sonnige Momente. Dabei wird es mit 4 bis 6 Grad aber relativ mild. Die Sendung wurde von der Sendung wurde vom NDR live 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 live